Ich war gerade bei Rossmann und habe das heftigste Angebot gemacht, deswegen bleibt unbedingt dran. Und hier ist es auch schon. Und zwar kennt ihr Physician Formula? Ihr wisst, ich liebe diese Marke und diese Paletten gibt es jetzt einfach für 5 Euro. Eigentlich kosten die Paletten 10 Euro und jetzt einfach nur noch 5. Ich habe beide mitgenommen, weil ich die liebe. Leute, das heißt, gönnt euch einfach diese Paletten und fahrt zu Rossmann. Ich habe mir da noch die aktuellen L.E.s angeschaut, aber irgendwie war keine dabei, die ich richtig nice fand. Außer von Rivalde Loop, diese hier. Aber ich finde irgendwie, dieses Packaging ist halt ultra billig gemacht irgendwie. Aber dafür kosten sie halt auch nur 3,99 Euro. Auf jeden Fall sehen sie süß aus. Diese Sparpacks sind jetzt auch reduziert, das lohnt sich also auch mega. Ich habe da noch Rassierer mitgenommen, eben die zwei Paletten und dann sind wir zur Kasse. Und das war's.